Hey liebe Leute, mein Name ist Sascha Stemberg und ich bin richtig glücklich. Warum bin ich richtig glücklich? Und zwar, ich darf beim Deutschen Innovationsball für euch kochen. Mit meinem Team und noch mit der netten Kollegin Erika Berkeim vom Schloss Hugenpurt. Wir sind natürlich auch ein bisschen aufgeregt, weil es werden eine Menge Personen erwartet und wir haben was echt Tolles im Petto für euch. Und wir werden alles geben und ich freue mich, euch an dem Abend zu sehen. Bis dann!